Das Gasthaus zum Roten Mandel Vor vielen, vielen, vielen Jahren stand an der Freiung ein Gasthaus, das hieß Gasthaus zum Roten Mandel, und wenn man den Wirt fragte, warum heißt ein Gasthaus so, dann erzählte er folgende Geschichte. Er erzählte, vor vielen, vielen, vielen Jahren stand hier ein Gasthaus, es hatte einen anderen Namen, aber der Wein war derselbe, es war der beste Wein von der ganzen Stadt, und die Gesellschaft war auch dieselbe, es war die lustigste Gesellschaft von der ganzen Stadt, es waren Studenten, Künstler, Zirkusleute, Taugenichtse, als solche, die gerne singen, gern trinken und einen Spaß haben. Und eines Tages kam der Dr. Johann Faust nach Wien, der berühmte, berüchtigte Magier, und er erkundigte sich, wo gibt es in der Stadt den besten Wein und die lustigste Gesellschaft. Und da sagte man ihm ja gar keine Frage, den besten Wein und die lustigste Gesellschaft, das gibt es bei der Freiung eben in jenem Gasthaus. Und dann ging der Dr. Faust zur Freiung, betrat das Gasthaus, und da wurde es ganz still, denn alle, die dort saßen, haben ihn erkannt. Ja, woran haben sie ihn denn erkannt? Haben sie ihn schon einmal gesehen? Nein, nein, sie haben ihn noch nicht gesehen. Aber es gab sehr, sehr viele Geschichten über den Dr. Faust. Und in diesen Geschichten wurde er ganz genau beschrieben. Dort hieß es, Augenbrauen hat er schwarz wie Kohle, dicke Augenbrauen, die aussehen wie Keile, die ihm von schräg oben unter der Stirn ins Gesicht geschlagen wurden. Und einen Schnauzbart habe er auch, einen dicken, schwarzen Schnauzbart, genau geteilt in zwei Teile, und diese Teile sahen aus wie zwei Keile, die von unten schräg ihm ins Gesicht geschlagen waren, und so sah dieser Fremde aus. Und einer fragte ihn, bist du der Johann Faust, der Dr. Johann Faust, dieser berühmte Magier? Und Faust sagte, ja, der bin ich. Ruder freute sich natürlich die ganze Gesellschaft. Sie machte den Platz, den Ehren, Platz bekam er. Und dann sagte einer zu ihm, wenn du schon da bist, es heißt ja, du kannst zaubern. Ja, das heißt es, sagte der Faust. Willst du uns nicht etwas vorzaubern? Ach, das will ich nicht, ich bin hier aus anderen Gründen. Ach, sagten sie, wie oft kommt denn Dr. Johann Faust, dieser berühmte Magier, nach Wien? Und einmal ist er da, und da will er uns nichts vorzaubern? Na, vielleicht später, sagte Faust. Erst möchte ich von eurem Wein probieren, der so bekannt ist. Und in diesem Gasthaus gab es einen Kellner und eine Kellnerin. Der Kellner hieß Kaspar, die Kellnerin hieß Ursula. Und die beiden, die waren ein Paar, sie liebten einander. Braut und Bräutigam, die Hochzeit stand bevor. Und der Kaspar kam, um dem Faust den Wein einzuschenken. Und er war etwas nervös, der Kaspar. Und er schenkte ein und wollte es gut machen, hat es gut gemeint mit dem Faust. Und er schenkte das Glas ganz voll, sodass oben etwas überlief, ein paar Tropfen. Und der Faust sagte, na, hör mal, soll ich dir dein Handwerk hier erklären? Weißt du nicht, dass dieser Wein ganz besonders gut ist, und du verschüttest ihn? Und die anderen Gäste lachten. Sie lachten den Kaspar aus, es hat ihn geärgert. Der Kaspar war nicht einer, der sich gerne auslachen lässt. Er war zornig. Und als der Dr. Faust ein zweites Glas Wein wollte, da schenkte er ihn noch einmal ein, diesmal aber absichtlich so viel, dass es darüber lief. Und der Dr. Faust sagte, hör zu, wenn du das noch einmal machst, dann fress' ich dich auf, dann verschluck ich dich, mit Haut und Haar. Das willst du? sagte der Kaspar. Ich seh', du hast schwarze Augenbrauen, wie Keile ins Gesicht geschlagen, und du hast einen Schnauzbart, wie Keile ins Gesicht geschlagen. Aber dein Mund, der ist nicht größer als der Mund von allen anderen, und durch diese Öffnung passe ich nicht. Und das war ja ganz klar, jeder mußte den ja nur anschauen, den Kaspar, einen großen, ein kräftiger Mann, mit einem Ansatz doch zu einem stattlichen Bauch, der sollte durch diesen kleinen Mund? Dann probier's doch, sagte der Dr. Faust, trank das Glas aus und stellte es wieder hin. Ja, sagte da der Kaspar, und er goß nach und schüttete nach und schüttete nach, bis auf dem Tisch eine Lache war. Na ja, sagte der Dr. Faust, und dann riss er sein Maul auf, und der Kaspar verschwand darin, wie er's angekündigt hatte, und da war's ganz still im Gasthaus, alle waren's hier entsetzt, ein Zauberer. Na, vielleicht ist es nur ein Zaubertrick, dachten sie sich, aber wie funktioniert der? Und sie hatten Angst vor dem Dr. Faust. Weniger Angst hatte die Ursula. Die Ursula, das war ein rabiates Weib, und sie hatte ihren Kaspar sehr, sehr lieb. Sie dachte sich, entweder es ist eine Scharlatanerie, was er hier gemacht hat, ein blöder Trick, dann gehört er bestraft. Oder aber es ist kein Trick, es ist Wahrheit, und er ist wirklich ein Zauberer, und er ist wirklich mit dem Teufel im Bund, wie es heißt. Dann ist sein Bauch nun das Grab meines lieben Kaspers. Dann soll es auch mein Grab sein. Hey, Doktor, rief sie, willst du noch mal ein Glas? Gerne, sagte Dr. Faust. Ursula holte das kleinste Glas, das es im Gasthaus gab, ein Schnapsgläschen, stellte es vor den Dr. Faustus hin, und dann holte sie den größten Krug, einen Krug, in den fünf Liter hineinpassten, und sie füllte diesen Krug mit Wein, und dann goß sie den ganzen Krug in das Schnapsglas, und der Wein lief über die Tische und lief über die Hosen der Männer, die dort saßen auf dem Boden, bis sie alle in dem Wein standen. »Was willst du jetzt tun?« sagte die Ursula. »Was werde ich wohl tun?« sagte der Dr. Faust, und er verschlang auch die Ursula mit Haut und Haaren. Und nun war die Ursula im Bauch des Dr. Faust. Wie sieht dieser Bauch aus? Eine große Halle, ein großer Raum, so groß wie das Kirchenschiff des Stephansdoms. und dort steht sie, wenig Licht, es riecht ein wenig muffig, die Wände sind alle voll von Büchern, und sie ruft, »Kasper, bist du hier? Kannst du mich hören, Kasper?« Und der Kasper antwortet ihr, »Ja, hier bin ich,« ruft er, am anderen Ende dieses großen Saales. »Wo sind wir hier?« sagt die Ursula, und Kasper sagt, »Das ist die Bibliothek des Teufels.« Und die Ursula sagt, »Die Bibliothek des Teufels?« »Die ist im Bauch des Dr. Faust.« »Ja, das scheint so.« »Und wie kommen wir wieder heraus?« sagt die Ursula. »Ich weiß es nicht«, sagt der Kasper. »Aber vielleicht steht es irgendwo in diesen vielen Büchern geschrieben, wie man wieder herauskommt aus der Bibliothek des Teufels.« Und sie beginnen, die Bücher durchzublättern, das Inhaltsverzeichnis anzuschauen. »Ach, das sind furchtbare Bücher in der Bibliothek des Teufels.« Das sind Bücher über Schadenszauber, wie man jemanden vernichten kann, wie man jemandem schaden kann. Die stellen sie gleich beiseite, diese Bücher. Dann sind noch andere Bücher da, wie man es macht, wenn man will, dass einem der Teufel erscheint. Das interessiert die Ursula. Und der Kasper sagt, »Leg doch dieses Buch weg. Wir suchen doch das Buch, wie wir herauskommen aus der Bibliothek des Teufels.« »Ja, das interessiert mich jetzt«, sagt die Ursula, »wie man den Teufel holen kann. Schau du weiter.« Und tatsächlich, der Kasper findet das Buch, in dem steht, wie man aus der Bibliothek des Teufels wieder herauskommt. Da steht drin, »Macht mitten in der Bibliothek ein Feuer.« Und dann, wenn die Flammen emporschlagen, dann ruft »Hilfe, Hilfe, Feuer, es brennt!« Das machen die beiden. Sie werfen Bücher in die Mitte des Saales und zünden sie an, zünden sie an, werden dein Feuerzeug bei sich. Kasper hat ein Feuerzeug bei sich. Er ist Raucher. Einmal eine Situation, wo es günstig ist, einen Raucher bei sich zu haben. Er zündet die Bücher an, die Flammen schlagen hoch, und sie schreien, »Hilfe, Hilfe, es brennt!« Und der Dr. Faust, der sitzt immer noch in dem Gasthaus, und plötzlich sehen die anderen Gäste, daß aus den Augen, den Ohren, aus der Nase und dem Mund des Dr. Faust Rauch quillt. Und der Dr. Faust ruft »Schnell, bringt mir Wasser, so viel ihr könnt!« »Füllt den größten Krug mit Wasser!« Und sie holen den Krug, in den fast zehn Liter hineingehen, und er schüttet unter einmal diese zehn Liter hinunter. Und bitte noch mal, noch mal Wasser, noch mal Wasser!« Und wieder füllen sie den Krug, und er schüttet es wieder hinunter. Und dann läuft er hinaus aus dem Gasthaus. Und als er zurückkommt, ist er erleichtert, und es raucht nicht mehr aus seiner Nase, seinen Ohren und seinen Augen und seinem Mund. Und die Gäste denken, schon wieder ein Zaubertrick, was für ein spannender Abend! Aber draußen vor der Tür sitzen Ursula und Kasper, nass von oben bis unten. »Dem werde ich's zeigen,« sagt die Ursula. »Aber lass doch,« sagt Kasper, »laß doch! Sind wir doch froh, daß wir wieder am Leben sind, daß wir wieder da sind!« »Nein, der soll das büßen,« sagt sie. Und sie geht zurück in das Gasthaus. Natürlich wird sie ausgelacht von den Gästen. Auch Kasper wird ausgelacht, als er kommt. Und sie sagt so, »Du bist also der große Magier!« »Ja,« sagt Faust, »das bin ich. Das habe ich doch eben bewiesen. Und du behauptest, du seist mit dem Teufel im Bund? Ja, das wird gesagt, daß ich das bin. Das heißt, du hast den Teufel schon einmal gesehen? Natürlich habe ich ihn schon gesehen. Mehr als einmal. Das glaube ich dir aber nicht,« sagt die Ursula. »Na ja,« sagt er, »wie kann ich's dir beweisen? Ja, wenn du ihn gesehen hast, dann weißt du ja, wie er aussieht. Mal ihn an die Wand, und sie bringt Farben. Und der Doktor Faust beginnt, den Teufel an die Wand zu malen. Rot wie Feuer, feuerrot, ein entsetzlich schreckliches Gesicht hat der Teufel. Und als er fertig ist, sitzen alle davor und haben Angst. Und plötzlich bewegt sich das Bild an der Wand. Und der Teufel kommt von der Wand herunter. Alle schreien auf, aber der Teufel interessiert sich nur für einen, nämlich für den Doktor Faust. Und er holt ihn, nimmt ihn mit hinein in das Bild. Und als sie beide im Bild sind, erlischt das Bild. »Ja,« sagt Ursula, »das habe ich gelesen in einem Buch in der Bibliothek des Teufels, daß man niemals den Teufel an die Wand malen soll.« Und nun war ein neuer Name für das Gasthaus da. Aber man wollte das nicht nennen, »Gasthaus zum Roten Teufel«. Wer wäre dann gekommen? Wer kommt in ein Gasthaus, das heißt »Zum Roten Teufel«? Wer will dort trinken und singen und fröhlich sein? Und deshalb hat man es genannt, »Gasthaus zum Roten Mandel«. Der Eisenmann Im Jahr 1237 erhob Kaiser Friedrich II. der Staufer die Stadt Wien zur reichsunmittelbaren Stadt. Die Bürgerrechte wurden durch den Freiheitsbrief erheblich erweitert. Ein großes Fest wurde gegeben für den Kaiser. Und er wollte ein paar Tage in Wien bleiben, sonst wohnte er hauptsächlich in Sizilien. Die Bürger der Stadt eine Abordnung führten ihn durch die Stadt und durch die Wälder vor der Stadt. Und als er so in der Kutsche saß, wurde ihm plötzlich merkwürdig, sie fuhren gerade durch eine Pappelallee, und er hatte den Eindruck, als ob die Pappelmänner wären, die da standen, die Arme vor der Brust gekreuzt, den Kopf tief gesenkt. Und er sagte zu den Bürgern, die ihn begleiteten, »Habt ihr die Pappeln geschnitten, bevor ich kam?« »Die Pappeln, nein«, sagten sie. »Ja, kommt es euch nicht auch so vor, daß die Pappeln aussehen wie Männer?« »Wie Männer?« »A ja, wie Männer«, sagten sie, sie wollten dem Kaiser nicht widersprechen. Und dann in der Nacht, in seiner schönen Herberge, träumte er von diesen Pappeln. Die Pappeln standen vor ihm, und eine Pappel sprach mit ihm und sagte, »Kaiser, du wirst wieder gehen von Wien und wirst Wien zurücklassen, aber du hast dich nicht darum gekümmert, wer diese Stadt, die jetzt erblühen wird, wer die verwalten soll, wer sich darum kümmern soll, daß die Steuergelder ordentlich verwendet werden. Bist du dir sicher, daß die Bürger das können? Wir, die Pappeln, wir kennen die Bürger besser.« Und am nächsten Tag wachte er auf der Kaiser und beschloss, noch ein paar Tage zu bleiben. Und er ließ sich Bürgerkleider geben. Er wollte durch die Stadt flanieren, wollte sich umhören, wollte herausbringen, wer da ist, der sich gut mit solchen Sachen auskennt, der gut mit Geld umgehen kann, das war das Wichtigste. Und so zog er verkleidet als ein Bürger durch die Stadt. Man erkannte ihn nicht, obwohl ja fast jeder sein Gesicht vom Gulden her kannte, aber er hat sich einen falschen Bart ankleben lassen. Und irgendwo in einem Gasthaus sprach er mit den Leuten und er fragte sie, »Also, wenn ich euch jetzt frage, als ein Bürger, der von Geld etwas versteht, kennt ihr jemanden in Wien, der wirklich von Geld etwas versteht?« »Ja, ja, die reichen Leute«, sagten die Gäste. »Nein, ich meine nicht jemand, der viel Geld hat, sondern der mit seinem Geld wirklich optimal, bestens umgehen kann.« Da waren sich alle einig, »Ja, so einen gibt es.« »Einen Schmied«, »genannt der Eisenmann.« »Aha.« »Was ist mit dem?« fragte der Kaiser. »Ein eigenartiger Mann«, sagten sie, »Er arbeitet jeden Tag, auch Samstag und Sonntag, auch am Sonntag,« sagte der Kaiser, »ja, ja, auch am Sonntag.« »Aber er arbeitet jeden Tag nur so viel, bis er exakt fünf Pfennige verdient hat. Und länger arbeitet er nicht.« »Aha, das ist interessant.« »Und warum tut er das?« fragte der Kaiser. »Na ja, dann kann er sein Leben genau einrichten und genau planen. Nichts darüber hinaus, nichts darunter hinweg, alles ganz exakt. Das tut er seit Jahren und fährt gut damit.« »Das ist interessant«, sagte der Kaiser. Und als er wieder in seine Herberge, in seine vornehme Herberge, zurückgekehrt war, rief er eine Abordnung der Bürger und sagte, »Kennt ihr einen Schmied, der der Eisenmann genannt wird? Natürlich kennen wir den. Mit dem würde ich gern sprechen. Holt ihn zu mir.« Ja, sie wunderten sich, aber dachten auf der anderen Seite, ja, wenn's der Kaiser will. Sie gingen und sie kamen zurück, aber ohne den Schmied. »Was ist los?« fragte der Kaiser. »Ja, der Eisenmann hat Folgendes gesagt. Wenn ich so einen hohen Gast wie den Kaiser besuchen will, dann kann ich nicht so kommen, wie ich bin. Da muß ich mich zuerst waschen. Da genügt aber nicht kaltes Wasser. Da muß ich heißes Wasser machen. Um heißes Wasser zu machen, muß ich zuerst Holz hacken und muß Feuer machen, damit der Kessel warm wird. Dann muß ich das Wasser hineingießen. Dann muß ich mich waschen. Das dauert sehr, sehr lang. Ich bin Schmied. Schmiede sind nun mal dreckig. Dann muß ich aber auch meine frische Wäsche anziehen. Die muß ich zuerst auch noch waschen. Dann muß ich sie bügeln. Dann muß sie auch noch alles trocknen und so weiter. Dann muß meine Frau mir den Bart schneiden. Dann muß meine Frau mir die Haare schneiden. Sonst wage ich es nicht, dem Kaiser gegenüber zu treten. Dann ist aber ein Tag vergangen. Ein Tag, an dem ich meine fünf Pfennig nicht verdient habe. Also kann ich nicht kommen. Der Kaiser war baff. Sagt, na gut, geht noch mal hin. Bringt ihm seine fünf Pfennige. Sag, ich bezahle ihm diesen Tag. Und einen zweiten Tag bezahle ich ihm auch noch, wenn er zu mir kommt und mit mir spricht. Und so geschieht es. Der Eisenmann tritt vor den Kaiser und sagt als erstes, Kaiser, gib mir meine fünf Pfennige für diesen Tag, an dem du mit mir sprichst. Und der Kaiser gibt ihm die fünf Pfennige, legt sie vor ihn hin. Und sagt, hör mal, Du arbeitest sogar am Sonntag, am Tag des Herrn. Das sehe ich nicht ganz so, sagte der Eisenmann. Ich sehe die Arbeit ganz anders. Ich sehe sie so, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Wenn es nach mir geht, würde ich gar nicht arbeiten, sondern nur die Schöpfung betrachten und über die Schönheit der Schöpfung jubeln. Ich arbeite so wenig wie nötig. Und warum gerade fünf Pfennige? fragte der Kaiser. Schau her, sagte der Eisenmann. Er nahm den schönsten Pfennig, sagte er, dieser Pfennig ist der Himmelspfennig. Dann nahm er den zweitschönsten, das ist der alte Pfennig, der drittschönste war der junge Pfennig, dann kommt der Magenpfennig und als letztes der Wegwerfpfennig. Aha, sagte der Kaiser, und was hat das zu bedeuten? Na gut, ich will's dir erklären, sagte der Eisenmann. Der Himmelpfennig, den gebe ich jeden Tag einem Armen in der Stadt. Ich habe mir ausgerechnet, dass ich jeden Tag eine gute Tat, bei so und so vielen guten Taten, ich werde in meinem Leben ungefähr 40 Jahre aktiv sein, kommen so viele guten Taten zusammen, dass es mir einen Platz im Himmel garantiert. Das ist der erste Pfennig. Und der zweite, fragte der Kaiser, der zweite ist der alte Pfennig, der ist für meinen Vater da und für meine Mutter, die jetzt im Ausgedinge sind. Die haben mich ausgebildet, die haben mir alles gemacht, was ich heute bin. Das ist eine Schuld, die ich zurückbezahle. Und der dritte, das ist der junge Pfennig, der ist für meinen Sohn, damit er eines Tages auch das wird, was ich bin. Das ist für seine Ausbildung, so wie es meine Eltern bei mir gemacht haben. Der vierte Pfennig ist der Magenpfennig, der ist für mich und meine Familie, davon leben wir jeden Tag. Ja, und was ist der Wegwerfpfennig, fragt der Kaiser? Na, siehst du, ich plane mein Leben, bis ins Kleinste, aber manchmal passieren Dinge, sagte Eisenmann, die eben nicht planbar sind und dann wird der ganze Plan über den Haufen geworfen und ich kann ihn wegwerfen. Meistens braucht man dann Geld und da ist dann der angesparte Wegwerfpfennig da. Oh, das gefällt mir, sagt der Kaiser. Er ist ganz begeistert und er sagt, pass auf, erzähle niemanden, was du mir erzählt hast. Versprich mir das, was du darüber nie sprichst. Was heißt nie, fragte der Eisenmann. Ja, solange du lebst. Oh, das ist schwer zum Versprechen, sagt der Eisenmann. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, das kann ich nicht planen. Ich kann zur Tür hinausgehen, es fällt mir ein Stein auf den Kopf, ein Ziegel vom Dach oder ich kann vielleicht noch fünfzig Jahre leben, ich weiß es nicht. Ich brauche eine Zeit, die ich berechnen kann. So lange werde ich den Mund halten, nicht reden. Gut, sagt der Kaiser. Ich bezahle dir hundert Gulden, wenn du nicht darüber redest, nicht bevor du mein Gesicht hundertmal gesehen hast. Das ist gut, das kann ich berechnen, sagt der Eisenmann und er geht. Dann holt der Kaiser die Abordnung der Bürger und sagt ihnen, hört zu, hier sind fünf Pfennige, der eine Pfennig ist ein Himmelspfennig, dann ein alter Pfennig, ein junger Pfennig, ein Magenpfennig und ein Wegwerfpfennig. Wenn ihr rausbekommt, bis zum Sonntag, was das bedeutet, wer das herausbekommt, der soll der Finanzminister der Stadt Wien werden. Oder denken Sie drüber nach und denken sich, jeder denkt sich, das hat doch mit dem Eisenmann zu tun. Und jeder für sich besucht den Eisenmann und sagt, erzähl mir, was ist das Geheimnis? Und der Eisenmann sagt, ja, was gibst du mir, wenn ich es dir verrate? Ich gebe dir zehn Gulden. Oh, zehn Gulden, sagt der Eisenmann. Fünfundzwanzig will ich. Zwanzig, sagt der Bürger. Fünfundzwanzig, sagt der Eisenmann. Er lässt nicht mit sich handeln. Und gut, der Bürger gibt ihm fünfundzwanzig. Sofort, jetzt will ich es haben. Er legt fünfundzwanzig Gulden hin. Und der Eisenmann sagt, bis Sonntag müsst ihr es wissen. Gut, dann komm am Samstag. Dann werde ich dir das Geheimnis sagen. Und zu den anderen drei Bürgern sagt er das Gleiche. Und am Samstag kommen sie alle vier, wundern sich jeder für sich, daß der andere auch da ist. Und der Eisenmann erzählt ihnen die ganze Geschichte, aber nicht, bevor er nicht jeden Einzelnen dieser Gulden, die er bekommen hat, viermal fünfundzwanzig, genau angesehen hat. Nachdem er alle angesehen hat, erzählt er ihnen, was es auf sich hat mit diesen fünf Pfennigen. Und am Sonntag gehen die Bürger zum Kaiser und sagen, wir wissen es, was das bedeutet mit dem fünfundzwanzig. Und sie sagen das ihm. Und der Kaiser denkt sich, jetzt bin ich aber enttäuscht, jetzt bin ich aber wirklich zornig, jetzt hat doch dieser Eisenmann, der mir so gut gefallen hat, das Geheimnis verraten. Und er lässt ihn holen und sagt, das habe ich von dir nicht erwartet. Und er sagt, warum? Ich möchte ja nicht hundert Gulden von dir. Du bist dreist, sagt der Kaiser. Ich habe mein Versprechen eingehalten, sagt der Eisenmann. Ich habe dich hundertmal gesehen, auf jedem dieser Gulden, habe ich dich gesehen. Und erst dann habe ich das Geheimnis verraten. Da ist überwältigt der Kaiser. Und er sagt zu dem Eisenmann, ich möchte, dass du der Finanzminister von Wien wirst. Und der Eisenmann sagt, nein, ich habe jetzt insgesamt zweihundert Gulden, hundert von dir und je fünfundzwanzig viermal von den Bürgern. Das sind zweihundert Gulden, das reicht mir bis ans Ende meiner Tage, daß ich nicht mehr jeden Tag fünf Pfennige verdienen muß. Ich kann jetzt da sitzen und das tun, was ich immer tun wollte, die Schöpfung betrachten und innerlich über die Schönheit der Schöpfung jubeln. Der Basilisk von Wien Man weiß genau, wann es war, nämlich am 26. Juni des Jahres 1212, und zwar in der Straße und am Tempelhof. Das ist dort, wo heute die Schönlaterngasse ist, im ersten Bezirk. Und zwar war es auf Nummer sieben. Man hörte Geschrei aus diesem Haus. Es war das Haus seines Bäckermeisters, Geschrei, als ob da in dem Haus drin Mord und Totschlag vor sich gingen. Die Leute pumperten an die Tür, mach auf, riefen sie, aber es wurde ihnen nicht geöffnet. Und da liefen sie und holten die Gendarmen und holten den Richter und die schlugen an die Tür und schließlich öffnete der Bäckermeister bleich im Gesicht. Und man fragte ihn, was denn passiert sein? Er erzählte. Eine seiner Mägde habe den Kübel in den Brunnen geworfen, in den Brunnen, der im Hof steht. Und da stieg ein ungeheurer Gestank aus dem Brunnen empor, das ihr übel wurde und plötzlich fing sie an zu schreien, wankte zurück und sie wäre vielleicht in den Brunnen gefallen, wenn nicht ihr Schatz, ein Bäckergeselle, sie festgehalten hätte und die Magd war kaum zu beruhigen. Und sie erzählte, sie habe ein Ding gesehen mit glühenden Augen unten am Boden des Brunnens. Das erzählte der Bäckermeister. Die Leute standen um den Brunnen, die Gendarmen, der Richter. Und schließlich erklärte sich der Geselle, der Schatz dieser Magd bereit, wenn man ihn an einem Seil hinabließe in den Brunnen, daß er nachsehe, was dort unten sei. Und so geschah es. Und dann hörte man sein Schreien aus dem Brunnen und man zog ihn schnell empor und auch er war verwirrt und nur ganz schwer zu beruhigen. Man fragte ihn, was sei denn, was ist denn dort unten gewesen, was hast du gesehen? Und er stammelte, ich habe dieses Ding gesehen, ein entsetzliches Ding mit glühenden Augen auf dem Kopf, eine glühende Krone. Es sieht aus, halb wie ein Hahn, halb wie eine Kröte und es stinkt ungeheuer. Unter den Leuten war ein Fremder, und er ließ sich das noch mal ganz genau beschreiben. Und er sagte, ja, schon der alte Plinius vor vielen, vielen hundert Jahren hat dieses Ding beschrieben, es ist ein Basilisk. Ganz selten gibt es so ein Ungeheuer, und zwar nur dann, wenn ein Hahn ein Ei legt, und wenn dieses Ei von einer Kröte ausgebrütet wird, dann kommt so ein Basilisk heraus. Ihr Wiener, ihr müßt diesen Basilisken loswerden, sagte der Fremde, sonst wird er eure Stadt vernichten, mit seinem Gestank und vor allem mit seinem Blick. Und die Leute sagten, was sollen wir tun, was für eine Möglichkeit gibt es? Und dieser Fremde, der wußte einen Rat, der sagte, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Ihr müßt den Basilisk in einen Spiegel schauen lassen, dann zerplatzt er an seiner eigenen Häßlichkeit. Wie sollen wir das machen, sagten die Leute. Ihr müßt einen Spiegel hinunterbringen in den Brunnenschacht, sagte der Fremde. Aber da war schon Tumult unter den Leuten und die einen sagten, ja, woher weißt du das alles zu dem Fremden und woher kommst du überhaupt? Die anderen sagten, du hast uns dieses Untier eingeschleppt und sie wollten schon auf den Fremden losgehen als einen Schuldigen, er konnte noch fliehen. Und die Bürger von Wien beschlossen, das auf ihre Art und Weise zu tun. Sie füllten den Brunnenschacht mit Steinen auf und glaubten, damit sei der Basilisk besiegt. Niemand weiß, wie alt so ein Basilisk wird. Bis heute hat er sich nicht mehr gemeldet. Aber wer weiß. Jedenfalls dieser tapfere Gesell und die Magd, die haben die kommende Nacht nicht überlebt. Sie haben in die Augen des Basilisken geblickt und Arm in Arm sind sie gestorben. Die Bognerin und das Teufelshorn Da will ich doch gleich die vorangegangene Geschichte weiter erzählen. Nach diesem wahrhaft grausigen Abenteuer mit dem Teufel hatte die Ursula genug von diesem Gasthaus zum Roten Mandel, wie es später genannt wurde. Sie wollte nicht mehr Kellnerin sein und sie sagte zu ihrem Kaspar, wenn wir verheiratet sind, dann wollen wir uns doch nicht bis spät in die Nacht in der Schankstube herumdrücken. Da wollen wir etwas anderes machen. Aber was denn, sagte der Kaspar? Diese ganze Episode mit dem Teufel hatte einen großen Respekt bei dem Kaspar ausgelöst, einen großen Respekt gegenüber seiner Ursula. Und die Ursula sagte, Hör zu, mein Vater ist ein Bogner. Er macht die schönsten, die besten Pfeile und die besten und die schönsten Bogen in der ganzen Stadt. Aber jetzt mußte er seinen Lehrbuben entlassen. Warum? Der hat gestohlen. Dann mußte er seinen Gesellen entlassen. Warum? Der hat so viel getrunken, daß er gar nicht das Werkzeug mehr getroffen hat, wenn er danach gegriffen hat. Und nun ist er ganz allein und er braucht jemanden, der sein Geschäft weiterführt. Und ich hab mir gedacht, du hast doch geschickte Hände, aber ich wollte doch nie ein Bogner werden, sagte der Kasper. Ach, sagte die Ursula, die resolute Ursula, niemand will irgendetwas werden und wird am Ende doch irgendetwas. Und so hat sie ihn dazu gebracht, ihren Kasper nach der Hochzeit, daß er bei ihrem Vater als Bogner in die Lehre ging. Und der Kasper hat das Bognerhandwerk gelernt. Und nun setzt eine merkwürdige, gegenläufige Entwicklung der beiden Charaktere ein. Je resoluter, je stärker die Ursula wird, desto schwächer und geduckter wird der Kasper. Und so leben sie im Haus ihres Vaters und eines Tages sagt die Ursula zu dem Kasper, hör zu Kasper, ich hab da eine tolle Idee, du könntest doch uns ein Haus bauen. Und der Kasper sagt, warum soll ich ein Haus bauen? Wir wohnen doch bei deinem Vater, ist doch ein großes Haus, ja, aber ich will, daß wir alleine in einem Haus wohnen, einem Haus aus Stein, das ist mein Traum. Und sie redet auf ihn ein und redet auf ihn ein mit ihrer ganzen Kraft. Der Kasper hat nichts entgegen zu setzen und er beginnt dann am Abend, nach Feierabend, ein Haus zu bauen. Und als das Haus fertig war, genau als der letzte Ziegel auf das Haus gesetzt wurde, sagt die Ursula, hör zu Kasper, ich hab da eine wunderbare Idee, das Haus scheint mir einfach irgendwie zu klein zu sein, möchte sie noch ein Teil anbauen, aber warum, denn sagt der Kasper, ist doch ein wunderbares Haus, eine Küche ist da und ein Schlafzimmer für uns, aber wir wollen doch Kinder, sagt die Ursula, wo sollen die Kinder sein? Und wieder redet sie auf ihn ein und wieder redet sie auf ihn ein und der Kasper kann nichts dagegen halten und er fängt an, ans Haus anzubauen. und als der Anbau fertig ist, sagt die Ursula, ich hab eine wunderbare Idee, ist es nicht günstig, wenn wir ein paar Ziegen haben, man weiß ja nie, wie die Zeiten sich entwickeln, aber warum denn Ziegen, sagt der Kasper, ich bin doch Bogner, und sie überredet ihn wieder, er baut einen Stall an und dann baut er einen den Gemüsegarten an und er arbeitet im Garten, er arbeitet auf dem Acker, er arbeitet im Stall, er arbeitet im Haus und er arbeitet in der Werkstatt ihres Vaters. Der Vater also sein Schwiegervater wirft ihm manchmal verständnisvolle Blicke zu und einmal sagt der Kasper zu seinem Schwiegervater, es ist sehr, sehr schwer mit deiner Tochter Ursula. Das kann ich mir vorstellen, sagt der Schwiegervater, sie schlägt halt ihrer Mutter nach, die war auch so, und was hast du dagegen getan, fragt der Kasper. Ach du, ich hab gebetet, ich hab gebetet, dass sie etwas liebevoller ist zu mir, daß sie mich nicht so schikaniert und hat es was genützt, fragt der Kasper. Ja, wie man es nimmt, ich bin jedenfalls alt geworden, das klingt nicht sehr vorlockend. Der Kasper geht zu Ursula, sagt sie ihr, ach, sei doch einmal wieder so lieb zu mir, wie damals, als wir noch in der Schenke bedient haben. Oh ja, sagt die Ursula, das will ich sein, aber doch erst hinterher, was heißt hinterher, wann, ja, wenn du den Garten gemacht hast, wenn du den Acker gemacht hast, wenn du im Stall deine Arbeit gemacht hast, im Haus deine Arbeit gemacht hast, und wenn du als Bognergeselle deine Arbeit gemacht hast. Ach, da hat er sich gedacht, es wird nie mehr so sein, wie es einmal war. Und er hat begonnen, wie sein Schwiegervater ihm geraten hat, zu beten, aber das Beten hat nichts genützt. Und da ist ihm die Erinnerung gekommen an diesen furchtbaren Abend im Gasthaus, als der Teufel da war. Er hat sich gedacht, wenn das Beten zum lieben Gott nichts nützt, vielleicht kann ich dem Teufel irgendwie überreden, nicht vielleicht mir zu helfen, aber mir vielleicht einen kleinen Ratschlag zu geben. Und er hat sich daran erinnert, wie das war, daß die Ursula den Teufel herangelockt hat, indem sie den Faust überredet hat, den Teufel an die Wand zu malen. Und heimlich, im Stall bei der Ziege, hat er begonnen, mit roter Farbe den Teufel an die Wand zu malen. Und tatsächlich war der Teufel da. Der Teufel sagt, was willst du? Willst du ein Geschäft mit mir machen? Und der Kasper sagt, ja, vielleicht ein Geschäft. Der Teufel sagt, weißt du denn nicht, daß die Geschäfte mit mir meistens sehr einseitig sind? Na ja, ich will's probieren, sagt der Kasper. Na, was gibt's denn? Der Kasper sagt, äh, ich hab gehört, du kannst dich verkleiden, so, du kannst aus dir jeden beliebigen anderen Menschen machen, glaubst du das? Natürlich kann ich das, sagt der Teufel. Ich kann aussehen, wie jeder von euch, wenn ich will. Ja, kannst du auch aussehen, wie ich? fragt der Kasper. Ja, warum solltest denn du eine Ausnahme sein, sagt der Teufel. Natürlich kann ich aussehen, wie du. Aha, das wollte ich eigentlich nur wissen. Ja, ist das alles, deswegen holst du mich. Ach, noch eine Kleinigkeit, sagt der Kasper. Ich hab gehört, du seist der größte Frauenverführer, den es gibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Stimmt das? Ob du dir das vorstellen kannst oder nicht, sagt der Teufel, ist mir egal. Natürlich bin ich der größte Frauenverführer. Ach so, und kannst du zum Beispiel auch meine Frau verführen? Hm, willst du's drauf ankommen lassen, sagt der Teufel. Äh, ich glaub dir, sagt der Kasper, aber könntest du meine Frau auch verführen, wenn du dich vorher verkleidest, also wenn du in mich hineinschlüpfst, wenn du als ich zu ihr gehst? Hm, sagt der Teufel, wenn ich dich so anschaue, ist es vielleicht gar nicht so leicht. Hm, aber natürlich kann ich das. Also gut, sagt der Kasper, ich mach mit dir ein Geschäft. Du gehst als ich zu meiner Frau. Wenn es dir gelingt, sie zu verführen, so daß sie wieder lieb zu mir ist, dann kannst du mich holen. Und wenn es dir nicht gelingt, dann holst du mich einfach nicht. Ich glaube, das ist fair, das Risiko ist auf meiner Seite. Na ja, sagt der Teufel, werden wir sehen. Und der Teufel schlüpft in die Identität des Kasper, wird der Kasper und er geht zu Kaspers Frau und er geht sie ja geschickt vor. Er macht ihr Komplimente, sagt Ursula. Du siehst aber hübsch aus heute. Deine Wangen, die leuchten so, deine Augen strahlen. Hast du das mit deinen Haaren gemacht? Nein, sagt sie, das schmeichelt ihr. Er legt seine Hand um ihre Hüfte. Oh, du fühlst dich so an, besser als je zuvor. Hm, und sie beginnt zu gurren und er legt seine Wange an ihre Wange. Hm, das gefällt dir. Und der Teufel, sagt sie, wollen wir nicht in Schlafzimmer gehen? Und sie sagt sie, ja, das wollen wir schon tun, aber erst hinterher. Und er sagt, was heißt denn hinterher? Ja, nachdem du den Garten gemacht hast, den Acker gemacht hast, den Stall mit der Ziege gemacht hast, das Haus geputzt hast und deine Arbeit als Bogener gemacht hast. Und sie ist unerbittlich. Auch alle Verführungskünste des Teufels nützen nichts. Sie lässt ihn nicht zu sich. Na gut, denkt sich der Teufel, probiere ich's eben anders. Er kennt die Frauen, er kennt die Männer. Am nächsten Tag macht das ganz anders. Er weiß, daß Melancholie, Traurigkeit, Niedergeschlagenheit etwas ist, was die Frauen reizt. Das weckt ihren Mutterinstinkt und am nächsten Tag sitzt der Teufel als Kasper im Zimmer, hat die Hände vor dem Gesicht, macht einen deprimierten Eindruck. Was ist denn, fragt Ursula? Ach Gott, sagt er nur. Aber was ist denn, mein Kasper? Ach, es geht mir nicht besonders, sagt der Teufel. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach nichts wert. Die Minderwertigkeitskomplexe drücken mich nieder. Aber was denn, mein Kasperchen, sagt sie, mein kleiner Bär, komm doch her. Und sie streicht ihm über das Haar. Und er legt sein Gesicht an ihren Busen und sagt, so geht's mir vielleicht ein bisschen besser, aber ich bin's ja wahrscheinlich gar nicht wert, dass du mich so lieb hast. Aber geh, sagt sie, mein kleines Bärlein. Und er tut schon ein bisschen Druck machen, der Teufel, so Richtung Schlafzimmer. Dann sagt sie, ja, du kannst ja gleich zu mir kommen, aber erst hinterher. Und er sagt, wann hinterher? Und sie sagt, nachdem du den Garten, den Acker, den Stall, das Haus und deine Arbeit gemacht hast. Und wieder gelingt es dem Teufel nicht. Am dritten Tag ist er endlich bei sich selbst, der Teufel, und tut, was er von Anfang an schon hätte tun wollen. Brachiale Gewalt. Er sagt, Ursula, komm her. Und sie sagt, hey, wie redest du mit mir? Ich hab gesagt, du sollst herkommen. Oh, fühlst dich aber stark, sagt sie. Was heißt hier, ich fühle mich stark, sagt er. Hier greifen meine Muskeln, was glaubst du, in wer du vor dir? Gehast. Hey, hey, sagt sie. Red nicht so mit mir, klingt aber ein bisschen so, als ob sie gesagt hätte, red doch so mit mir. Und er nimmt sie, drückt ihre Arme nicht so fest, sagt sie, aber er drückt noch fester, da wehrt sie sich, er drückt noch fester. Da reißt sie sich los, und schwupps, hat er eine Ohrfeige gefangen. Und er wird es dem Teufel zu dumm. Er will nicht mehr der Kasper sein, er verwandelt sich in den Teufel, steht rot, mächtig, glühend vor ihr, aber der Ursula macht das überhaupt gar keine Angst. Sie holt aus, nimmt den Stuhl, haut dem Teufel den Stuhl über den Kopf, packt ihn an den Hörnern, da bricht eines der Hörner ab, er gibt auf, er läuft davon, er läuft davon, verzichte ich eben auf diese Seele, sagt er, er läuft draußen am Kasper vorbei, der Kasper sagt, hey, was ist los, behalt deine Frau, sagt er, behalt sie, komm du in den Himmel, ich werde alles regeln, du wirst gar keine Prüfung mehr absolvieren müssen nach dem Tod, und schon ist er davon. Der Teufel wollte sie nicht haben, sie bleibt dem Kasper, eine resolute Frau, die er auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, das Leben des Kasper so geregelt hat, daß er nicht in seiner Unentschlossenheit untergegangen ist. Und dann stirbt der Kasper, kommt direkt vor den Himmel, Petrus sagt, na nein, gar keine Frage, alles schon erledigt, komm rein. Bald darauf stirbt die Ursula, auch sie kommt vor den Himmel, hat den Rucksack dabei, Petrus sagt, ja, was gibt's da im Rucksack drin, ist wie eine Grenzstation, so muß man sich das vorstellen. Oh, ich hab ein paar Werkzeugstücke dabei, sagt sie, für meinen Mann im Himmel. Ach so, na ja, und was ist das da? Das da, das ist ein Horn vom Teufel, sagt sie, das hab ich höchstpersönlich dem Teufel abgebrochen, sehr stolz. Hey, sagt der Petrus, was will sie denn mit dem Himmel, das hat dem Himmel nichts verloren, das kommt hier nicht rein, bring das zurück. Dann sagt sie, wieso soll ich den Teufel zurückbringen, das ist gestohlen, sagt der Petrus, ja, aber ich hab's an dem Teufel gestohlen, dem Bösen. Diebstahl ist Diebstahl, sagt Petrus, bring es zurück. Sie geht zur Hölle, klopft an, der Teufel sieht sie und sagt, nein, nein, du kommst hier nicht rein, ich will nur das Horn zurückgeben, sagt sie. Ach, mir ist schon inzwischen ein neues gewachsen, sagt der Teufel. Sie sagt, aber ich seh doch, dass dir keines gewachsen ist, du lügst, der Teufel darf lügen, sagt er und macht die Tür zu. Was ist nun mit dir? In Himmel darf sie nicht, weil sie das Horn hat, in die Hölle lässt man sie nicht, weil der Teufel das nicht will. Dazwischen ist sie, was ist dazwischen, zwischen Himmel und Hölle? Die Erde. Also steigt sie wieder auf die Erde und lebt noch, lang, lang lebt sie. Ihre Spur verwischt sich allmählich. Die einen sagen, sie habe das Horn dann doch irgendwie dem Teufel gebracht, seien in den Himmel gegangen. Die anderen sagen, sie sei in die Hölle gegangen, mitsamt dem Horn. Und manche behaupten, die Ursula lebt immer noch. Meister Buchsbaum und der Nordturm Im Jahr 1433 wurden die Arbeiten am Turm des Stephansdoms beendet. Gebaut und geplant war dieser Turm von Meister Brachatitz und seiner Werkstatt. Und gleich nachdem der Turm fertig war, er wurde der Südturm genannt und bis heute wird er so genannt, wollte man beginnen mit dem Nordturm, der sollte noch prachtvoller, noch größer, noch schöner werden. In der Werkstatt des Meisters Brachatitz war ein junger Mann, Hans Buchsbaum. Er hatte die Lehre absolviert bei Brachatitz, er wurde Geselle unter Brachatitz und er wurde auch Meister. Und das war ein ganz außerordentlicher Baumeister und sein Chef Brachatitz hat ihn auch beneidet. Er wußte, er ist besser als er. Brachatitz war ein guter Lehrer, aber so ein guter Lehrer, dass er die Ambition hatte, dass sein Schüler besser wird als er, das war er doch nicht. Er war neidisch. Buchsbaum verliebte sich in die Tochter seines Meisters Brachatitz, in Maria und sie trafen sich heimlich, die beiden, weil sie ahnten wohl, dass der Meister das nicht gerne sah. Er wartete an einer Ecke auf sie und Maria lief auf ihn zu mit erhobenen Armen und er sagte zu ihr, unter Tausenden würde ich dich erkennen, wie du läufst und sie sagt, das ist die Art und Weise zu laufen, wie Verliebte laufen. Und dann beschlossen sie doch, mit dem Vater zu sprechen und Buchsbaum, sagte zu Brachatitz, ich möchte deine Tochter heiraten und Brachatitz sagte, nein, unter gar keinen Umständen, er war eifersüchtig, er war nicht nur eifersüchtig auf die Fertigkeiten seines Schülers, sondern er war auch eifersüchtig auf seine Tochter. Aber dann stutzte er und sagte, na gut, du bekommst meine Tochter unter einer Bedingung, wenn du den Nordturm in einem einzigen Jahr fertigstellst, größer, schöner, als der Südturm, dann sollst du meine Tochter Maria bekommen. Das war ganz und gar unmöglich, mehr als ein Menschenalter wird nötig sein, um so einen Turm zu bauen, mit den vielen Figuren, mit den Fialen und den Kreuzblumen, mehr als ein Menschenalter. Aber Hans Buchsbaum hatte keine Ruhe und er dachte nach, ob doch eine Möglichkeit wäre, und so saß er eines Nachts eben zu Füßen des ersten schönen Turms, dachte nach und da kam ein Mann auf ihn zu und sagte, du hast große Sorgen, ich beobachte dich. Und Hans Buchsbaum erzählte ihm und er sagte, ich soll diesen Turm bauen in einem Jahr und der Mann sagte, ich kann dir dabei helfen. Und was verlangst du dafür? fragte Buchsbaum und er sagte eigentlich nicht sehr viel. Wenn du ein Jahr dran arbeitest, solltest du den Namen Gottes in diesem Jahr nicht in den Mund nehmen, und du sollst keinen der Heiligen nennen und du sollst die Mutter Maria nicht nennen, das ist die Bedingung. Und Buchsbaum dachte, na gut, das geht. Und der neue Turm wurde gebaut in ungeheurer Geschwindigkeit und es sah aus, als ob er noch schöner, noch größer werde als der alte Turm und es sah aus, als ob es Buchsbaum doch die Wette mit seinem Meister Brachatitz gewinnen würde. Und dann stand Buchsbaum oben auf dem Gerüst eines Tages, kontrollierte die Arbeiten und er sah unten über den Stephansplatz seine geliebte Maria laufen. So lange hat er sie nicht gesehen, war Tag und Nacht mit Arbeiten beschäftigt. Und er sah, sie läuft, so wie sie immer läuft, die Arme erhoben, und er dachte, sie hat einen anderen geliebten. Und er blickte ihr nach, aber sie verschwand. Und er rief Maria. Und da hatte er den Namen der Mutter Maria ausgesprochen, das Gerüst brach zusammen, er stürzte in die Tiefe, und es war von ihm nichts mehr zu finden, außer ein Schwefelhauch. Der Teufel hat ihn geholt, und der Magistrat der Stadt Wien beschloss, den Nordturm nicht weiterzubauen, und bis heute kann man dort nur den Stumpf sehen. Der liebe Augustin Es gibt Menschen, die sind reich, es gibt Menschen, die sind schön, es gibt Menschen, die sind klug, andere können irgendetwas, sind erfolgreich, und dann gibt es Menschen, die sind weder klug, noch schön, noch reich, noch sind sie erfolgreich, aber sie haben Charme, und Charme ist ein Mysterium, oder sie haben sogar Charisma, Charisma ist noch ein größeres Mysterium. Dann gibt es Menschen, die sind weder reich, noch klug, noch schön, noch können sie irgendetwas, sie haben keinen Charme, und auch kein Charisma. Für sie erscheint das Leben als eine Strecke, die es einfach nur gilt, abzusitzen, als wäre man in einem Gefängnis. Einst vor vielen, 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 vielen Jahren lebte ein Mann in Wien, der hieß Augustin, und er gehörte zu den Letzteren, der gar nichts hatte, der sein Leben einfach hinter sich brachte. Er verdiente sein Geld, damit, dass er ein wenig mit dem Dudelsack spielte, und dazu sang, aber er konnte nicht besonders gut Dudelsack spielen, und singen konnte er auch nicht besonders gut. Er lebte außerhalb der Stadt bei einem barmherzigen Bauern, der hatte ihm einen Winkel in der Scheune überlassen, dort verbrachte er seine Nächte, dort schlief er meistens bis Mittag, weil er doch sehr spät in der Nacht erst nach Hause kam, und am Abend ging er in die Stadt, zog von Gasthaus zu Gasthaus, sang und spielte, und bekam dafür ein wenig Geld, oder wurde zu einem Glas Wein eingeladen, meistens deswegen, damit er aufhört zu singen und zu spielen, denn er sang wirklich nicht besonders gut, und spielen konnte er auch nicht besonders gut. Aber dann war plötzlich alles anders. Es war das Jahr 1679, und die Pest kam, die Pest kam von Ungarn nach Wien, und sie raffte die Menschen dahin, die Menschen starben auf der Straße, die Menschen starben in ihren Wohnungen, wie die Fliegen starben sie, und neben den Hauseingängen lagen die Toten, und es gab Männer, die fuhren mit Karren durch die Stadt und sammelten die Toten ein und brachten sie vor die Stadt, fuhren durch das Burgtor, und vor dem Burgtor waren Gruben ausgehoben, Pestgruben, dort hinein warf man die Toten, und wenn die Pestgrube halb voll war, streute man ungelöschten Kalk darüber, und dann Erde, und man nahm eine neue Pestgrube aus, und es wurden viele Pestgruben ausgehoben, weil viele starben. Aber dieses Jahr der Pest war paradoxerweise für den Augustin ein glückliches Jahr, ja, es war das glücklichste Jahr, und eigentlich verdankte er dieses ganze Glück einem einzigen, winzig kleinen Einfall. Denn er, der immer wieder Lieder gemacht hat, sich die Texte dazu selbst ausgedacht hat, dem ist nie etwas Ordentliches eingefallen, niemand hat über seine Scherze gelacht, hat sich gerührt, wenn er ein Liebeslied vorgetragen hat, das war alles zu holprig, zu plump, aber dann ist ihm ein Vers eingefallen, lustig gelebt und lustig gestorben, ist dem Tod die Rechnung verdorben. Zu einer anderen Zeit wäre dieser Refrain sicher nicht so gut angekommen, aber die Pest war da, und da wollte man so etwas gerne hören, da hörte man gern einen Sänger, der von Lustigkeit sang, und er sagte, man kann dem Tod durch Fröhlichkeit ihm, man kann ihm ein Schnippchen schlagen, und plötzlich war der Augustin gern gesehen in allen Gasthäusern, und er sagte zu den Leuten, wer bin ich für euch? Sie sagten, du bist der Augustin, da bin ich nicht mehr für euch, ich bringe euch doch zum Lachen, ihr hört doch gerne, wenn ich meinen Refrain singe, lustig gelebt und lustig gestorben, ist dem Tod die Rechnung verdorben, ja, das hören wir gern, sagten sie, du bist unser Augustin, unser Augustin, bin ich nicht mehr als nur euer Augustin, doch, sagten sie, du bist unser lieber Augustin, ja, das wollte er hören, und er sagte zu ihnen, nennt mich von nun an nur noch der liebe Augustin, und sie versprachen ihm das, und er zog durch die Gasthäuser und sang und spielte, und er bekam Wein, und er bekam Geld, Geld bekam er sogar sehr viel, was sollte man mit diesem Geld noch anfangen, wenn draußen der Tod so wütet, und Wein gab es plötzlich in Hülle und Fülle, denn die Hälfte der Zecher war ja bereits gestorben, und immer das letzte Gasthaus, das er besuchte, in der Nacht, war ein Gasthaus am Fleischmarkt, und er saß eines Nachts auch und sang und spielte auf dem Dudelsack und trank und spielte auf dem Dudelsack und trank und trank und trank und seine Freunde, die anderen Gäste tranken mit ihm, und sie hatten so viel getrunken, daß sie das Gasthaus nicht mehr verlassen wollten und auch wohl nicht mehr konnten und sie fielen auf die Tische und auf dem Boden und schliefen ein, wie sie waren. Und dann in der Nacht kamen die Männer mit dem Pestkarren eigenartig, normalerweise um diese Zeit ist doch ein Lärm in diesem Gasthaus, heute ist es ganz still. Und sie schauten einander an und dann betraten sie das Gasthaus und da lagen die Zecher am Boden, lagen über den Tischen und dann rüttelten sie die Männer an den Schultern, aber die Zecher, die rührten sich nicht mehr und da schauten die Männer, die mit dem Wagen gekommen waren, mit dem Pestkarren schauten einander wieder an. Sie wußten, sie sind gestorben und sie hoben die Toten auf, trugen sie hinaus, luden sie auf den Karren und da sahen sie den einen, der den Dudelsack immer noch unter den Arm geklemmt hatte, ein schmächtiger Mann und sie kannten ihn, ach, sagten sie, auch unser lieber Augustin ist gestorben, auch ihn hat die Pest erwischt und sie legten ihn zu oberst auf den Pestkarren und sie zogen den Karren durch das Burgtor hinaus und sie kippten die traurige Fracht in die Gruben. Aber der Augustin, der war nicht tot, der hatte nur einen entsetzlichen Rausch und so lag er unter den Toten und schlief seinen Rausch aus. Und am Morgen erwachte er, blinzelte, öffnete erst das Fenster der Scheune nicht. Normalerweise sehe ich doch das Fenster der Scheune, wo draußen der Himmel ist, und ich kann sehen, ob schönes Wetter oder schlechtes Wetter ist. Dann öffnete er das zweite Auge, blickte sich um und sah, er lag in der Pestgrube unter lauter Toten, und er fing an zu kreischen und zu schreien, nicht zu spät. Denn gerade waren die Männer gekommen, die am Morgen mit dem Pestkarren die Toten zusammen trugen, und sie wollten gerade diesen Karren, und er war hochbeladen mit Toten, den wollten sie gerade in die Pestgrube kippen. Und dann wären die Toten über den Augustin gefallen, hätte er noch geschlafen, und es hätte ihn nie mehr jemand gefunden. Und sie halfen dem Augustin aus der Grube und fragten, was ist denn mit dir los? Und der Augustin, er ist vielleicht nicht klug, aber er ist doch irgendwie schlau, und er hat gelernt, als jemand, der überall zu kurz gekommen ist, der muss auf der Hut sein. Und er dachte sich, wenn ich jetzt die Wahrheit erzähle, dann ist mein so junger Ruhm vielleicht schon dahin. Und er sagte, er stellt euch vor, natürlich, auch mich wollte der Tod holen, aber ich bin ihm entkommen. Dich wollte der Tod holen, und du bist ihm entkommen? Fragten sie, ja, natürlich, ich habe mit ihm geredet. Du hast mit dem Tod geredet? Mit ihm persönlich? Ja, natürlich. Und die Männer sagten, wir begegnen dem Tod jeden Tag, aber nicht ihm persönlich, sondern eher dem, was er uns übrig lässt. Wie sieht er denn aus? Fragten sie den Augustin. Ja, wie sieht er aus? Er sieht, ja, mittelgroß, so wie ich ungefähr, halt, und dünner, noch viel dünner als ich, noch dünner als du. Ja, ja, viel dünner als ich, besteht nur aus Knochen. Und, fragten sie ihn, hat er die Sense in der Hand? Nein, sagte der Augustin, Sense hat er keine in der Hand, er hat eine Geige bei sich. Eine Geige? Was macht er denn mit der Geige? Naja, wenn er zu spielen anfängt, dann fallen die Menschen um. So macht er das. Ach, so macht er das. Und wie bist du im Entkommen? Ja, stellt euch vor. Er kam und hat gespielt, und ich habe gesehen, wie die Menschen umgefallen sind, und da habe ich zu ihm gesagt, halt, tot, halt. Sieh, ich bin auch ein Musikant, ich spiele den Dudelsack, hast du nicht Lust auf ein Duett? Und der Tod hat gesagt, ja, warum nicht? Immer allein spielen. Und so haben wir im Duett gespielt, und als wir es umeinander gespielt haben, habe ich gemerkt, der Tod, der möchte nur in Moll spielen. Und dann ist mir eine Idee gekommen, ich habe gesagt, Tod, wollen wir beide, nachdem wir es so schön zusammengespielt haben, nicht ein Geschäft machen? Ein Geschäft willst du mit mir machen, sagt der Tod, ja. Wir machen Folgendes. Du spielst mir ein Lied vor, auf der Geige, wenn ich es auf dem Dudelsack nachspielen kann, gut, wenn ich es nicht nachspielen kann, dann kannst du mich holen. Dann spiele ich dir ein Lied vor, auf meinem Dudelsack. Wenn du es nachspielen kannst, gut, dann werde ich mit dir gehen, aber wenn du es nicht nachspielen kannst, dann lässt er mich noch eine Weile lang leben. Und der Tod war einverstanden, erzählt Augustin. Na, zunächst hat er gespielt. Er hat ein Lied in Moll gespielt, ein einfaches Lied, A-Moll, D-Moll, E-Moll, ganz einfach. Ach, ich meine, der Tod, der hat ja nicht viel Zeit zu üben, jetzt gerade im Augenblick so wenig Zeit zu üben, und er brauchte nicht mehr als eine Melodie. Das war für mich ganz leicht, auf dem Dudelsack, diese Melodie nachzuspielen. Und dann habe ich eine Melodie gespielt. Ihr kennt ja die Melodien, die ich immer spiele, erzählte Augustin. Und habe dazu gesungen, lustig gelebt und lustig gestorben, ist dem Tod die Rechnung verdorben. Und ich habe mein Lied in Dur gespielt, und das konnte er nicht. Und da konnte er mich nicht mitnehmen, denn er hat es mir ja versprochen. Ich habe es ihm gesagt, hol mich ein andermal, wenn du weniger zu tun hast, dann bringe ich dir bei, in Dur zu spielen. Und er war einverstanden. Die Geschichte machte die Runde, und bald war der Augustin der Held der Stadt. Und dann zog die Pest weiter. Wenige in Wien blieben übrig, aber die behaupteten alle, daß die Pest gegangen sei, daß der Tod Wien verlassen habe. Das habe einen Grund. Er wollte nicht riskieren, sich noch einmal zu blamieren, hieß es. Ja, unser lieber Augustin hat den Tod blamiert, so hieß es. Genau wie es in seinem Lied heißt, lustig gelebt und lustig gestorben, ist dem Tod die Rechnung verdorben. Unser lieber Augustin hat dem Tod die Rechnung verdorben. Der Kegler vom Stephans-Turm Ach, es gibt viele Geschichten, denen wird erzählt, wie einer versucht, den Tod zu überlisten. Manche dieser Geschichten gehen für den Menschen gut aus, zum Beispiel der liebe Augustin. Manche gehen nicht so gut aus. Eben die Geschichte vom Meister Kunrad zum Beispiel. Meister Kunrad war ein Schindler. Er hat die Häuser gedeckt mit Schindeln und er hat das sehr geschickt gemacht, hat sehr viel Geld damit verdient. Aber dann hat er angefangen zu spielen, Karten zu spielen, Würfeln zu spielen und Kegel zu spielen. Und da war er auch sehr geschickt und hat auch sehr viel Geld damit verdient. Er hat sogar mehr Geld mit dem Spielen verdient als mit der Arbeit. Und deshalb hat er sich gedacht, ich gebe die Arbeit auf. Und er hat nur noch gespielt. Und dann hat er angefangen zu trinken. Und das hat er auch sehr gründlich getan und sehr talentiert. Und dann hat er in den Wirtshäusern herumgeschrien, hat sich aufgeführt. Und man hat ihn rausgeschmissen und nicht mehr reingelassen. Und bald gab es kein Wirtshaus in ganz Wien, das dem Meister Kunrad noch zu trinken gegeben hat. Und da saß er auf der Straße. Und er führte ein elendes Leben. Und eines Nachts saß er wieder auf der Straße, mitten in seinem elenden Leben. Und da spürte er, daß jemand eine Hand auf seine Schulter legte. Und er drehte sich um und er sah, es war der Tod. Und Meister Kunrad sagte, ach, geh, laß mich doch in Ruhe. Und der Tod sagte, ja, genau, zu diesem Zweck bin ich gekommen. Ich werde dir Ruhe verschaffen. Und was für eine Ruhe ist das? Das ist die ganz, ganz große Ruhe, sagte der Tod. Und weiß ich, daß das eine Ruhe ist? Nein, das weißt du nicht. Du wirst gar nichts mehr wissen, sagte der Tod. Ja, diese Ruhe, die will ich nicht haben, sagte Meister Kunrad. Ich will eine andere Ruhe haben. Was für eine Ruhe willst du denn haben? Fragte der Tod. Na ja, so, ich werde dir das erklären, sagte Meister Kunrad. Weißt du, der Kitzel, das kennst du nicht, Tod. Den Kitzel, den man spürt in sich, wenn man zu spielen beginnt. Wenn man die Karten in die Hand nimmt, wenn man die Würfel im Becher schüttelt, wenn man die Kugel, wenn man ausholt mit der Kugel, um sie auf die Kegel zu werfen, diesen Kitzel, den man spürt, und wenn man dann alle Neune umwirft, oder wenn man gute Karten hat, oder wenn man auch schlechte Karten hat, oder gute Würfel hat, oder schlechte Würfel hat, ganz egal, wenn geworfen ist, die Ruhe, die dann eintritt, diese Ruhe meine ich, diese Ruhe, bevor der neue Kitzel kommt. Nein, das kenn ich nicht, sagte der Tod. Oh, dann tust du mir aber leid, sagte Meister Kunrad. Aber weißt du was, ich kann dir so ein Gefühl von Kitzel doch irgendwie geben, wenn du willst. Ich hab keine Zeit, sagte der Tod. Ach, was heißt denn keine Zeit? Seit ewigen Zeiten arbeitest du nur, sagte Meister Kunrad. Gönn dir doch eine Stunde. Na gut, sagte der Tod. Wohin gehen wir? Kegel spielen, sagte Meister Kunrad. Aber man läßt dich doch in kein Wirtshaus mehr hinein, sagte der Tod. Ah, ich weiß, irgendwo eine Kegelbahn, sagte Meister Kunrad. Komm nur mit. Und der Tod folgte dem Meister Kunrad. Und Meister Kunrad stieg auf den Stephans-Turm hinauf. Oben auf dem Stephans-Turm, jawohl, dort hatte sich vor vielen Jahren ein Glöckner, eine kleine Kegelbahn eingerichtet, weil ihm langweilig war. Nun war diese Kegelbahn verweist. Dort war niemand mehr. Hier können wir spielen, sagte Meister Kunrad zum Tod. Ja, erklär mir das Spiel, sagte der Tod. Ja, das ist ganz einfach. Siehst du, es gibt neun Kegel. Acht sind gleich groß und einer ist ein wenig größer. Dieser Kegel wird der König genannt. Der steht genau in der Mitte. Machen wir doch eine Wette, sagte Meister Kunrad. Was für eine Wette denn, fragte der Tod. Also gut, hör zu. Wenn du gleich gut bist wie ich, nicht besser als ich, weil ich bin der Beste, besser bist du nicht, aber gleich gut, wenn du gleich gut bist wie ich, dann werde ich dir folgen, in diese große Ruhe. Aber wenn du nicht ganz so gut bist wie ich, dann lässt du mir noch eine Weile mein elendes Leben. Einverstanden? Na gut, einverstanden, sagte der Tod. Also gut, Meister Kunrad nahm die Kegel und er rollte die Kegel und er warf alle neune um. Jetzt bist du dran, sagte er zum Tod. Der Tod nahm die Kegel, warf die Kegel und warf auch alle neune um. Ich bin gleich gut wie du, sagte der Tod. Na ja, das war jetzt erst die erste Art zu spielen, sagte er. Sieh zu, wir haben wieder die Kegel, warf und nun fallen acht Kegel um und ein Kegel in der Mitte, nämlich der König bleibt stehen. Da steht ja einer, sagte der Tod. Ja, das ist viel schwieriger, sagte Meister Kunrad. Probier's. Der Tod holt aus und probiert und kegelt. Aber er ist wieder gleich gut wie Meister Kunrad. Wieder steht in der Mitte ein Kegel, der König. Ich war gleich gut wie du, sagte der Tod. Ja, ja, sagte Meister Kunrad. Jetzt kommt aber die größte Schwierigkeit. Du mußt den König herausschießen in der Mitte. Meister Kunrad nimmt die Kugel, wirft. Und alle acht Kegel bleiben stehen, nur der König fällt um. Das ist am schwersten, sagte er. Probier's. Aber Meister Kunrad hat gesehen, dass der Tod sehr, sehr, sehr geschickt ist. Und um ganz sicher zu sein, hat er heimlich den König aus dem Spiel genommen und hat ihn zum Fenster raus, hinunter auf den Stephansplatz geworfen. Nun ist gar kein König mehr da. Und der Tod nimmt die Kugel, und wo er ausholt, sagt er zu Meister Kunrad. Du glaubst wohl, ich hab nicht bemerkt, dass du mich betrügen willst, dass du den König weggeschmissen hast. Aber ich brauch den König nicht. Spiel du den König. Und er wirft die Kugel, und er trifft den Meister Kunrad. Der fällt um und ist tot, und die anderen acht Kegel bleiben alle stehen. Dem geschickten Meister Kunrad ist es also nicht gelungen, den Tod zu überlisten, und der Tod hat ihn geholt zu seiner großen, großen Ruhe.